Hi Zockies, grüß euch. Ja, weiter geht's. Jackpot Jagd mit TR5-Unterstützung. Stehenbleibespiele. Ich hoffe, es ist gerade und ihr seht es genau. Es ist immer blöd, diese unterschiedlichen Kisten da filmen. Ich probiere das einigermaßen ordentlich hinzukriegen. Stehenbleibespiele. Joke ist hier Welt-Stehenbleibespiele und da ist ja klassisch. Verrückt ist das Spiel. 80 lassen wir gleich, 180 drauf, ab geht's. Wir hoffen auf Free Games von Hotz und wie immer bei mir schon viele Bilder. Uh, ich höre es schon riechen. Ach, schade. Falsch gerochen. Aber macht nichts. Wir haben ja erst angefangen und wollen wir alle weiterzucken. Aber ihr könnt, wenn nicht die Eins, nicht mit der Eins beginnen und nicht mit der Zwei, vielleicht wenigstens mit der Drei beginnen. Das wäre schön. Ich bin ein Hellseher. Ja, ja, genau. Du bist ein totaler kleiner Arsch. Schauen wir mal das an. Ei, ei, ei. Ich erwarte jetzt gar nichts mehr von dir. Spiel einfach. Ja, beiden Stehenbleibespiele, weil es wäre natürlich schön, wenn die kommen würden. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Da gibt es das Extreme auch noch, habe ich jetzt noch nicht angewählt, wollte man das klassische Spielen. Bei mir auf dem Spielepaket ist es ja das Extreme und das Klassische drauf. Das ist doch echt geil im Frühjahr. Die stehen bleiben, Alter. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Freegames sind Freegames, Leute. So, jetzt wieder mit der 1 beginnen bitte, bitte die 1 mein Herr. Ich glaube es ist da los, ups, so ein Mittelgut. 12, 12, oh ja, ach Gott. So, jetzt ist es so gut. Jetzt wird er, bitte, 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 bitte bitte, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ballerinsky, Krassky. Und wir haben noch 5. Jetzt addiert er auf, Alter. Mega, mega win. Mega, mega win. Immer schön aufaddieren. Das Video hat sich schon so gelohnt, Freunde. Schaut euch das an. TR5 macht auf, Alter. Geil. Das Gerät muss ich sofort ausstecken, sonst fängt er hier an, alles runterzuspielen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. 42. Oh, ho, 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 ho. Jetzt gibt er noch mal dazu. Ja, nice. Dafür mache ich das, Leute. Genau für solche Bilder. Genau für diese Bilder mache ich das. Jetzt schauen wir hier an. Der ist natürlich wieder geizig wie ohne Ende. Spielt er dann runter. Das wollte ich ja gar nicht. Macht natürlich jetzt immer. Aber egal. Und da ist hier wieder absoluter Witz. Schaut sich das an. Gegenzug, schaut euch bitte das an, mein Balli. Das ist doch Lacher. Das ist Lacher. Das ist Lacher. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Joa, Jungs, da muss ich jetzt sowieso anfangen mit. Oje, oje, oje. Muss man das irgendwie mal anders machen hier mit dem. Ja, wenn ich das hier nochmal. Ist jetzt noch einmal dazugegeben, oder? Oh, jetzt gibt er nochmal dazu. Geil. Eins. Ha. Wie ich das weiß. Wie ich das weiß, gell? Also der Balli, der läuft so scheiße. Wenn ich den im Casino hätte, würde ich den nie spielen, Freunde. Ja, nee, Megavin. Samurai nennen wir es mal das Video, na? Monsterwin. Nicht Megavin, Monster. Monsterwin, Freunde. Monsterwin. Ja, den muss ich jetzt dann stoppen, ausmachen. Weil ich leider muss erst mal füllen, auffüllen. Habe ja nichts drin. Oder kaum was. Macht es gut. Haut mir aber Like rein, das schauen wir uns mal. Ja, war klar. Und wir kennen was. Das ist die erste Zahl. Die Eins. Hundertprozentig. Immer. Oh. Entschuldigung. 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 Wow, das könnte Silber werden. Gold. Oh, 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 oh. Das könnte Gold. Das könnte sogar, um Gottes Willen. Nein. 220 Cash gehen nochmal drauf. Ah, ich dachte, das wäre Gold am Schluss noch. Megavin. Geiles Video, Leute. Geiles Video. Oben will ich den anschauen. Ihr seht die Luftgeparre spielen. Nice. Jo. Lass mal ein Like da, ich muss jetzt hier mit meiner Auszahlung kämpfen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.